Musik Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Ach, was machst du denn hier? Mensch, halt das doch einfach an die andere dran. Warum kannst du das nicht? Weil ich das sage. Ja, das wollte ich ja. Das geht nicht, siehst du das nicht? Ach komm, lass mich das mal machen. Das Ding ist am Arsch. Du musst doch nur an die andere, der dran halten. Ja, mach das. So toll kannst du. Zeig ich mir mal, der kannst. Ja, jetzt erzählen wir es mal. Ja, wo willst du jetzt hinhängen? Mein Gott, das ist nicht gleich so, ne? Warum nicht gleich so? Jetzt lang rumdiskutieren. Das ist doch hier so Elfkönigin oder was. Das ist ein Zauberstab dabei, ne? So, und jetzt guck mal, die haben alle die Dinger hier. Die machen das alle nach. Das haben wir doch angefangen vor ein paar Jahren, ne? Jetzt haben die auch alle. Guck mal da drüben, der hinten auf der anderen Straßenseite. Alle fangen sie hin. Die haben eigentlich die Kleinen, ne? Die haben halt die Mega-Digger hier. Die haben die Mega-Schwerter, ne? Da ist doch ein Feuerwerk, wacht mal. Das ist ja hier haargesätig, wie ne Wurscht, ne? Oh, jetzt sind aber die Postabfragen. Ei, 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 ei. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier ist aber was los, ne? Das ist echt Witz, ne? Hier ist ja überhaupt nichts los. Feuerwerkstechnische. Naja, ist ja nicht schlimm. Da hinten ist auch wieder eine Rakete gewesen. Die kannst du ja hier an einer Hand abzählen, die hier hochgehen. Da war ja in München der Karate, ne? Oder? Das ist ja schon ne Kunst, ne? Das ist schon ne Kunst. Ah, jetzt aber. Jetzt, jetzt haben wir da was. Oh, ja. Schön. Guck mal, guck mal, guck mal. Ei, ei, ei. Oh, ja, geht's aber, ne? Jetzt haben wir aber rausgefordert. Mann, jetzt geht aber die Postabfragen. Ja, da hat aber einer jetzt seine, seine Batterie angezündet. Da hinten, ne? Jetzt geht es aber los hier. Das war doch schon wieder, ne? Jetzt kommt der nächste mit der Batterie da hinten. Oh, da hinten beim Krankenhaus. Da ist auch der Teufel los. Guck dir mal an. Guck mal, was da gefeuert wird da hinten am Krankenhaus. Das sind all die Kranken, ne? Die machen da hinten den schönen Abend, ne? Die sind froh, dass die endlich mal Silvester im Krankenhaus halbwegs, ne? Das sieht man sowieso nix, Schatz. Die werden nicht anständig beleuchtet hier von dem kleinen Feuerwerk. Aber das ist so schön, ne? Das war so schön, wie immer. Das machen wir jetzt so schnell. Ausblenden, ne? Und dann, ne?